Scheiße. Und manchmal sehe ich sogar Dinge, die gar nicht da sind. Ach, dir ist nur etwas trübsinnig zum Mut, Hermione, das ist der Plasmid-Blues. Du musst dich mit dem Splicen ein bisschen zuhören, wenn du dich versiehst, wirst du wieder gesund und mutig. Ein bisschen mehr Hygiene würde hier nicht schaden. Oh mein Gott. Du bist doch schon durch! Headshot! Wieder. Behälter, Schrenger, nicht vergeben, aber öffnen. Ja, okay. 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 Vielen Dank. Vielen Dank. Ja, Leute. Ich weiß es ganz ehrlich nicht, wo ich das Zeug her besorgen soll. Hier soll es noch irgendwo einen Raum geben. Wo ist der? Ein Tiver? Hier hat das Level angefangen. Ich muss da unten mehr erforschen, sonst muss ich da wieder hin. Okay. 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 Keinen Fall, Jim. Es ist zu gefährlich. Hast du nicht gewusst? Hat er es bei mir? Den Züger auf. Die laufen weg. Jemand muss sie einfangen. Jemand! 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 Kom! Jemand! Danke. Oh Oh Ich glaube da ist jetzt irgend so ne So ein Wachding Oh 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 Okay. Oh 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 Schwierig Ja, vielleicht später, Blacky Muss man da mal gucken Du musst es ja erstmal hacken Wait Wait W gegeben Wait Wait I can't it ? No It's right When Wait Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Vor der Munition 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 Vor der Munition